heute was geht ab heute haben wir es ist passiert die einladungen sind heute rausgekommen bisschen später als gedacht also ich hatte ja die theorie dass diese woche wahrscheinlich heute die einladung rauskommen werden checkt das video noch mal ab und eigentlich war es heute ziemlich ruhig nicht viele haben darüber geredet besser gesagt gar keiner auch bei reddit und so keiner darüber geredet dass heute möglicherweise die einladung rauskommen ja und das hat mich bisschen verunsichert ich war online wir waren im live stream habe mir gedacht okay möglicherweise kommen sie und zu der üblichen zeit so um 20 uhr herrung weit nichts totenstille also dachte mir ja okay kommen sie nicht mehr aber dann heute 22 uhr ungefähr kann sie dann doch noch so zeige ich euch gleich mal der erste deoxys ihr seht ich habe zwei darüber gehen wir gleich noch klang die nur ich habe ja hier zwei extra 2 extra gehen und momentan ist nur da kann die noch markiert der stein grund möglicherweise nicht mehr und wir haben tatsächlich dort eine einladung bekommen das ist für dienstag 2 oktober 10 uhr in der früh was für mich kein problem ist ich werde da hingehen und die zweite einladung da wurde ich eingeladen und zwar von der kata aus unter verging dort wo ich arbeite das insektenhotel hatte ich auch schon oft x-rays und auch da ist eine arena keine extra mehr von den zwei die eigentlich ziemlich sicher immer ein pass ausgegeben haben und die sache ist jetzt haben wir natürlich direkt gedacht heute richtig geil lass mich hier und da und dort überall einladen und mach einfach so 456 jocs am tag aber nachdem hier ging es dann gar nicht mehr andere leute zum beispiel murat konnte mich nicht mehr einladen also anscheinend ist es das maximum einmal eingeladen zu werden und dann hat man seinen eigenen und das war's dann mehr wäre auch richtig übertrieben dann könnte man die auch das richtig kass fahren und das strategisch machen und dann in jedem stadtteil hier und da eine einladung passieren aber ich denke das wäre zu viel action gewesen so 21 dem man sich selber verdienen einmal eingeladen werden ist denke ich ganz ok selber kann man natürlich nur ein einladen da geht ihr einfach hier drauf wo man muss mindestens stufe 3 sein ich muss mir noch überlegen wen wahrscheinlich den ja egal kennt ihr nicht und zuerst die mir einladen aber die musste arbeiten so ansonsten war es eigentlich neuigkeiten einladung sind draußen man kann eingeladen werden mindestens stufe 3 und die auch das video die auch das konnte beste musste wie viel wie viel bp hat ein hunderter dies das wird noch folgen am wochenende und normalerweise kommt die einladung ja immer zwei tage vor dem nächsten extra der nächste extra dienstag also rein theoretisch nach dem alten system würden die einladung am sonntag kommt es werden aber jetzt nur drei tage zeit zum triggern zum neuen triggern was ziemlich knapp wäre also ich wäre mir nicht so sicher für sonntag wir können mal schauen wir warten das mal aber ich habe noch nie kommt tage ob wir auch eine einladung bekommen habt entweder selber verdient oder eingeladen wurde und ja ob ihr euch auf die auch das freut die aus der zeit das war es von mir zur einladung der klein hat auch zur einladung das heißt vier die oxys an drei verschiedene norten das wird ein geiler tag am dienstag freut euch auf das video das war es von mir wir liken subscribe kommentieren check die anderen auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist jetzt business